Wenn du das hier siehst, sind auch sämtliche, äh, eingescannten Fassungen von den Lyrics irgendwie dann nochmal als digitales Booklet. Nein, anders. Willkommen zur heutigen Quizfrage. Wie geht's euch? Nee, ist auch blöd. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannenzapfen. Knicke mich weg von mir, sonst gucke ich nämlich mich an und nicht dich. Guten Morgen, ich bin Baum und es tut mir leid. Ich befinde mich hier bei meinem Onkel, der war mal in der FDP, um den geht's aber nicht. Dich meine ich, genau dich, wie du da sitzt. Vielleicht sitzt du gerade auch da, je nachdem, wer du gerade bist. Wir müssen uns mal unterhalten, also ernsthaft, also wir uns, nicht ich dich, wie sonst immer, sondern wir uns. Das ist ein reines Infovideo und pass auf, das Album ist draußen seit dem 1.7. auf iTunes und Amazon und Google Play und Shazam und Spotify. Deezer und Spotify und Amazon und iTunes und Spotify. Mach ich anders. Ähm, ich geh nochmal zurück zu Bandcamp. Genau. Da kannst du Meta-Inf käuflich erwerben für ein paar Euro, das differenziert sich da so ein bisschen. Ganz kurz dazu, falls du eine CD-Fassung haben möchtest, stay tuned. Und Bandcamp wäre mir lieber, weil Bandcamp ist nämlich nicht so ein Riesenkonzern, der sich da ganz viele Prozente abknüpft, sondern das ist im Grunde dafür gemacht, dass ich das selber mache. Das heißt, ich verkaufe dir selber. Du kannst dir das Dateiformat aussuchen. Ich kann Bonustracks verstecken, die du nur dann beim ganzen Paket dabei hast und all so tolle Sachen. Das funktioniert alles über Bandcamp. Ich kriege kein Geld von Bandcamp. Ich kriege nämlich kein Geld von niemandem. Wo ich aber gerade bei Bandcamp war, das ist jetzt eher so eine Randnotiz für die Leute, die das alles ein bisschen bürokratischer haben möchten. Ich habe die Credits runtergeschrieben fürs Album und ich feiere das fast genauso hart, wie das Album fertig gekriegt zu haben. Ich bin da so ein bisschen... Ihr dürft euch das gerne alles durchlesen, dann wisst ihr auch, was da im Einzelnen verwendet wurde, falls ihr euch zu schade wart. Ich weiß gar nicht, wen ich meine. Ist aber egal. Ich habe den ganzen Krempel abgefilmt, den ich mit rechts, weißt du, in Echtzeit. Das hast du einmal. Du hast aber alle Songs, alle Lyrics. Du hast Blum. Du hast aber auch jeden Song nochmal separat. Das ist nur nicht gelistet. Das findest du über die Playlist. Hier auf YouTube. Gehst du auf Playlist, hast du Lyrics, Videos, Artwork. Keine Ahnung, wie ich das genannt habe. Auch gerne schnappen, mitsamt Ure und in die Welt Wordspreaden. Weil ich bin stark darauf angewiesen, dass mir beim Weitersagen geholfen wird. Wäre cool. Ähm, ich habe erwähnt, für die Leute, die noch CDs kaufen, so diese, ne, diese... Ich werde mich darum kümmern, ja, Pressung ist übertrieben, aber ein Bestand mir aufzusetzen an Meta-Inf-CDs erwartet nicht zu viel. Das wird kein dickes Booklet mit allen Texten sein. Das wird kostengünstig sein. Ich werde versuchen, das Slim Case zu vermeiden, weil beim Slim Case steht ja nichts auf der Seite und dann siehst du es im Schrank nicht. Wahrscheinlich wird es auf eine normale Standard-CD hinauslaufen. Wenn du Glück hast, kannst du es einmal aufklappen. Am 15.08. möchte ich, dass das merkwürdig, weiß gar nicht warum. In der Form, dass du das dann auch über Bandcamp beziehen kannst. Höh, Slim da. Am 15.08. Bandcamp Meta-Inf und dann steht da irgendwo, schieß mich tot. Denke ich, werde ein Zehner nehmen müssen, weil es kostet echt Geld. Ich werde es nämlich so machen, dass ich am 1.08. alles bestellen werde, radikal, was ich dafür brauche, für 50, 75, 100 Stück. Ich weiß nicht, wie viele ich verschicken will, falls ich dazu komme. Du darfst mich natürlich auch zuscheißen mit deinem Geld, wie das ein paar Leute gemacht haben. Alter, ich danke euch. Ähm, Mann. Mountain Dew. Also, 15.08. wenn du es als CD haben willst, wenn du es als MP3 haben willst, wenn dir das reicht, tob dich aus, wo du möchtest. Am liebsten wäre mir Bandcamp und dir auch, weil wenn du das ganze Album holst, dann ist ein Hidden Track dabei und das Artwork. Vielleicht. Man munkelt. Es könnte sein. Man kennt es ja bereits. Ach so, da war ja auch noch was. Meta Inf wird für einige Zeit das letzte Album von mir sein mit neuer Musik. Ich bin an einem Punkt, an dem war ich, falls überhaupt jemals schon, dann lange nicht mehr. Da unten bin ich. Ähm. Ähm. Ich hab nischt mehr. Ich bin sold out ein bisschen, um so zu sagen. Immer wenn irgendwas fertig war, hatte ich ordentlich was fürs nächste Projektalbum, weiß ich was. Das ist gerade nicht so. Ich hab in den letzten drei Jahren drei Alben rausgehauen und das reicht jetzt erstmal. Und noch ein paar Singles mit Bonustracks und so weiter und so fort. Das ist jetzt das Fundament, was da ist. Drei Alben, die ganz gut sind und noch so ein bisschen Alterscheiß. Ein paar hundert Songs, die ambitioniert, unausgereift, aber trotzdem schick sind. Wie eine schöne Antiquität, der ein bisschen geaged wurde. Vintage. Verkauft sich besser. Ani Bravo. Ich weiß das. Wir haben uns Klamotten ausgesucht und dann wurden sie zwei Wochen lang. Ist auch egal. Bis auf weiteres. Ich werde aber trotzdem Sachen aufnehmen und zwar zwei verschiedene Sachen. Die eine hat ein Jahrzeit, die andere hat ein Vierteljahrzeit. Ich hab demnächst mal wieder ein Konzert anstehen. Mitte, Ende Oktober. Hier die Hauptstraße runter, da wo ich immer spiele, weil es der einzige Laden ist, der noch verblieben ist. Stunde plus Zugabe wurde mir gesagt. Und ich hätte gerne ein neues Live-Set mit den Meta-Inf-Songs. Dafür muss ich aber Live-Playbacks aufnehmen, weil ich möchte gerne die Sachen live fair haben. Als es wäre, wenn ich jetzt einfach nur... Na, ist mir zu blöd geworden. Ich will das live haben mit dahergerotzten Drum-Takes, ohne Metronomen und den ganzen Krempel. Erschwerend kommt hinzu, dass meine Aufnahmefähigkeiten sich nicht verschlechtert haben, seit ich das letzte Mal Playbacks aufgenommen habe. Deswegen werde ich von dem ein oder anderen älteren Song auch nochmal ein Playback neu aufnehmen, so wie ich alle zwei Jahre meine Sachen komplett neu aufnehme. Ich hab einen weiteren noch geschafft, weil ich dachte mir, der ist von 2008. Der wird so schwer nicht sein. Um euch dann eine Show liefern zu können, die sich gewaschen hat. Wundervoll. Genau so wie ich hier heute mal. Ich sag's jetzt schon mal, ich sag's auch später nochmal, solltest du hier in der Gegend sein oder in die Gegend kommen können, weil du irgendwie zu viel Zeit und Geld hast, sei herzlich eingeladen. Für alle anderen landet das dann natürlich wieder genau hier um euch rum, außenrum, falls ihr nicht auf Vollbild seid. Die andere Sache, die ich aufnehmen möchte, das hat ein Jahr Zeit. Das ist im Grunde eine Greatest Hits. Also von den alten Kamellen, die ich noch so rumfliegen habe, möchte ich die meiner Meinung nach besten nochmal schön aufnehmen. Das war damals ganz unterirdisch und ich möchte gerne nächstes Jahr mal eine Greatest Hits raushauen. Während das alles passiert, werde ich die Kamera dabei haben, werde das aber sehr viel sporadischer festhalten, dass du einfach am Ball bleibst, was passiert ist und wird. Wir können gerne, wenn's auf den Gig dann zugeht, auch einfach mal ein paar Songs proben. Alte, neue Sachen, die ich unbedingt spielen muss, Sachen, die ich vielleicht überhaupt nicht spiele, können wir uns ein bisschen austoben, wird bestimmt cool. Das dauert aber alles noch einen Moment, denn jetzt ist erstmal Sommer und diesen Sommer nehme ich mir, denn diesen Sommer brauche ich. Ich brauchte den letzten Sommer schon und hatte ihn nicht. Ich war nämlich den letzten Sommer überwiegend in einem Keller und habe das immer noch aktuelle und immer noch grandiose Fail-Album aufgenommen, Level Down. Auch das findest du auf Spotify und wir sind ja alle in einem Boot, ne? Okay, anders. Eine Idee habe ich noch, die habe ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe hinter meinem G-G-Greenscreen sehr viele CDs von sehr vielen Bands und die bedeuten mir auch mehr oder weniger viel. Deswegen wollte ich nach und nach jede CD mal in die Kamera halten und was drüber sagen und damit das nicht zu langweilig wird, werde ich immer erst auslosen, welche dran ist. Ich habe die Lose noch nicht gebastelt. Da können wir nochmal basteln mit Baumi machen. Freust du dich drauf? Ich wusste es. Machen wir uns ein paar Lose und dann geht's bestimmt mit den Backstreet Boys los. Bin ich mir sicher. Ansonsten habe ich es endlich geschafft, nach Jahren meine alten Dokumente vom Schlagzeugunterricht wieder hervorzukramen, weil ich mir da das ein oder andere gerne nochmal oder endlich beibringen möchte, weil ich da ein paar Ambitionen mehr habe. Ich habe zu Weihnachten das Travis Barker-Buch gekriegt, deswegen. Ansonsten, bis dahin möchte ich gerne öfter mal, wenn mir gerade die Lust danach ist, irgendeinen Song spielen. Schauen wir mal. Das wird unregelmäßig sein. Bis das alles Fahrt aufnimmt. Also bis ich mich entschieden habe in meinem gnadenlosen Egozentrismus, dass der Sommer vorbei ist und die Arbeit weitergeht. Apropos Arbeit, das ist ja das Ding. Ich mache mir gerade Urlaub von dir, bin aber gerade in der Urlaubsvertretung und es ist schlecht klimatisiert. Übrigens, um dieses Sommerloch zu füllen, was meine Jahresplanung dir jetzt aufreißt in deinem Entertainmentplan, ich habe nicht nur diesen YouTube-Channel, ich habe noch Zeit von meiner Coverband. Ich verlinke den gerade mal hier irgendwo. Da stehen ein paar Konzerte online, kannst du dich mal durchklicken. Das aktuellste Konzert ist gerade frisch gereuploaded mit einem Mischpuls-Sound. Oder du gehst rüber zu Fail. Ist noch gar nicht lange her, da haben wir eins veröffentlicht. Wir haben jetzt schon wieder das nächste besprochen, das gehen wir bald drehen, in drei Wochen ungefähr. Das ist ziemlich cool. Wir haben einen Online-Gig gespielt, der in seiner Aufzeichnung online steht. Sie, Sie, Sie fliegen! Ähm, genau, das habe ich gar nicht auf meinen... Ich will mich drum kümmern, irgendwas streamen zu können. Von zu Hause, da muss ich noch ein bisschen gucken, bin da eklig über WLAN im Internet. Und selbst wenn das alles klappt, kann ich da nicht sonderlich laut sein. Das heißt, da könnte ich höchstens so Cubase-Action streamen. Ich habe leider derzeit keinen Raum so wirklich, in dem ich kann, in dem ich laut sein kann und online sein kann. Dann habe ich vor einiger Zeit was ins Leben gerufen, was im Grunde ein Archiv ist für diese lustige kleine Schülerband, in der ich groß geworden bin. Damals viel größer, als ich es damals verdient gehabt hätte und trotzdem nur so groß, um einmal dran zu schnuppen. Ist aber egal, jedenfalls da jähren sich die ein oder anderen Sachen zum zehnten Mal. Teilweise auch in ganzer Konzertlänge. Das heißt, auch das verlinke ich dir hier gerade irgendwo. Pass auf, das verlinke ich dir auf ihn. Ich hoffe, das ist genug Urlaubsvertretung. Ansonsten habe ich auch noch einen Zweitkanal, der heißt Zweitkanal, aber da ist noch nicht wirklich was passiert. Habe ich noch was vergessen? Jawohl! Falls noch Zeit bleibt, irgendwann habe ich noch ein paar Singles raus von Meta-Inf. Ich muss das ja jetzt ausschlachten. Ich habe eine Idee für eine dritte Single, so Richtung Herbst und eine Idee für eine... Ich tue mich schwer mit der zweiten Single, die müsste nämlich eigentlich genau jetzt rauskommen. Und ich habe überhaupt nichts. Keine Video-Idee, keine B-Seiten. Wenn ich irgendwas damit machen möchte, der Song ist alt, der Song ist echt alt, ich glaube von 2008 ist der, dann sollte das diesen Sommer sein und nicht nächsten Sommer. Ich weiß aber auch nicht was. Falls dir eine Idee kommt, hilf mir. Ferne Zukunft? Wolltest du ferne Zukunft noch hören? Wir befinden uns in einer... Nach diesem Jahr, also jetzt in einem guten Jahr, werde ich zurück nach Köln ziehen. Im Idealfall mit ganz Fail, weil wir wollen hier alle weg. Ähm, will gerne noch einen Master drauf machen, nur pro forma, um wieder an der Uni zu sein. Und vielleicht nochmal Chancen wahrnehmen, die ich im Bachelor für dich zu verballert. Wenn alle Stricke reißen, versacken, aber lieber in einer Stadt, die eine S-Bahn hat, als hier. Weil hier kannst du nur alt werden. Das schauen wir aber dann, das alles Zukunftsmusik. Mittelfristig hab ich so ein paar Sachen. Ich brauch ne Band, weil es sieht dann halt doch affig aus, je rockiger es wird. Einzige Problem ist, ich brauche scheißengute Musiker, die scheißen willenlose Söldner sind. Und einfach mal auf Anhieb den ganzen Scheiß lernen können. So, und find die mal. Bis es da soweit ist, möchte ich, wenn ich die neuen Playbacks aufgenommen hab, wenn ich das neue Programm, theoretisch, für den Fall, dass du gerade irgendwie ne Gartenparty hast. Oder weiß ich, was du feierst. Und du hast das Gefühl, dass irgend so ein Hayopi mit Klampfe da stehen muss. Dass du mich dann buchen kannst, äh, für Reisekosten, was zu futtern, was zu süppeln. Und ich kann einen Hut rumgehen lassen. Das ist so mein, ähm, wenn es dann soweit ist, wird es das sein. Grammatikalisch korrekt formuliere ich. Das klau ich auf Star Trek. Das kommt jetzt hier. Grammatikalisch korrekt formuliere ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ansonsten könnte ich noch ein bisschen mehr Infrastruktur gebrauchen. Ich wollte mir seit vier Jahren Pi mal Daumen schon beibringen, wie ich mir ne Homepage baue, wo dann alles gesammelt. Alles, was ich outputte und alles, was ganz andere Bands outputten, die möglicherweise nie existiert haben und ich hab das alles geschrieben. Man weiß es nicht genau. Ja, jedenfalls, das sind so alle meine weiteren, beziehungsweise traditionell hab ich sowas immer in Textform geschrieben, so gegen Silvester. Und, ähm, rückblickend dann immer ungefähr die Hälfte umgesetzt bekommen. Versuchen wir zwei Drittel. Das ist übrigens auch der Grund, warum dieses uralte Bild sich durch diese ganze Klamotte zieht. Dieses uralte Bild, dieses schräge von der Bühne mit dem Sigma-Duck-Schlagzeug. Das ist ein Foto von 2004 und vereint sehr, sehr vieles, was F.T. Baum seitdem so rausgekommen hat. Und, äh, das ist ein Kapitel, das sich hier schließt. Denn Meta-Inf wird zunächst das erste, letzte Deine Mutter sein. Ich hätte es vergessen, wenn es nicht hier stehen würde. Und, äh, ich hoffe, du bleibst am Ball. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich ein bisschen Sommer habe. Unter Leute wollte, man wollt ja unter Leute, deswegen singe ich ja auch. Ich hab dir jetzt drei Alben lang mein Leid geklagt darüber, dass ich mein Leben auf Eis gelegt habe, um drei Alben aufzunehmen. Jetzt möchte ich gerne für diesen Sommer... Everybody would waste it all. Tell the summer that they could call. Memory that's full of fun. Und dann machen wir weiter mit Routubi. Wenn du Bock hast, wir sehen uns. Wir sind ja nicht blind. Tschüss. Gewaschen in der Waschmaschine, damit sie dann alt aussehen. Obwohl sie neu waren. Ne, als dann das Fotoshooting ist. Scheißegal. Ist doch scheißegal. Äh, die Notizen, die ihr nicht seht, werde ich... Achso. Genau. Um nicht zu sagen, ich habe eins neues Album draußen auf... Deswegen musst du es auch zweimal kaufen, weil dich gibt es zweimal. Dass du das auch über Bandcamp, äh, dingsen kannst, bumsen kannst. Weißt du schon? Hier, ne? Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Äh, in der Form, dass... Dann geht das unter in deinem Plattenregal, was du natürlich hegst und pflegst und immer wieder dingst, ne? Mit Ceva und so. Ich kriege kein Geld von Ceva. Kauft Mountain Duke. Aus folgendem Grund. Ich bin an einem... ... ... ... ... ... ... Da dann auch... ... steht da irgendwo bei CD. Da war ich nämlich. Wie gesagt, 18. Blödsinn. Ähm, das... Nein. Ja, doch. Schon. Das Konzert schon halb vor der Tür steht und es 5 vor 12 ist, wie hier auf dieser Uhr. Aber das war auch aus einer anderen Bude, da war alles ein bisschen, das ist Technik, ne? Das finde ich irgendwie aus. Danach ziehe ich zurück nach Köln, weil ich habe keine Lust mehr. Kommen da Menschen? Außer 3-4 Leute, die schon über Bandcamp gekauft haben. Ich kenne eure Adressen, aber keine Angst, ich fahre nicht vorbei. Mal krass. Hallo. Aber das tue ich nicht. Ich frage doch nicht, wie es denen geht. Das interessiert mich gar nicht. Auch wenn das manche denken von euch. Immer. Jeden Tag. Jeder von euch. Meine ich ernst. Kriege ich kein Geld für. Ich kriege von niemandem. Einfach nur, damit das flächendeckend angeboten wird in Deutschland. Das wäre cool. Okay, Freunde. Ähm, da ist so ein Album rausgekommen. Das war dann erstmal das. Kein Booklet, Slimcase oder Standard-CD. Meta-Inf das letzte. Ach so. Ja. Bis zum nächsten Mal.